...und eine Spitze-Party am Weltschampionat. Du hättest berühst mit den Null gegen den Tabellen, die das Donder-Fröhlich gewonnen hat. Frau Francki, die Mitte wird immer bin nicht so schlecht. Wie geht es da, Lofi? Maja, die Derte geht freundlich auf den Nen, und danach geht es aber Kral bei 3 bis 0 Grad. Am Freimäuer kann es nass gehen, dann ist es ab zu gucken, auch mal Schnee reinzurechnen. Ob für's Meindisch, du geht es nass, lass. Am Nullmütisch könnt sich zum Erwuchsweisen und den Thermometer klemmt auf 7 bis 0 Grad. Ja, und an dieser Stunde fängt die Zähmplen, Finalen auf den individuellen Meisterschaften am Durchschnittnis und bei den Herren, du hättest Finale, 3 an Schottschuh gegen Gilles Micheli, aber bei den Damen, du hättest Nessie, Gummringer gegen Sarah, denn nicht. RTL, man Francki hippert. Salut! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Tres Subtitel Sj. So So that I'm never feeling alone If I'm just kidding If I'm just kidding